Herzlich Willkommen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, hier von der großen Bühne der Staatsoperette. Felix, Felix, hast du mein Märchenbuch gesehen? Jetzt machen wir noch richtig große Kunst hier. Bevor ich für meine Weihnachtslädenheit am 19. Dezember um 12 Uhr noch etwas vergesse, gehe ich mal die Checkliste durch. Weihnachtsbaum mindestens drei Meter hoch, check. Winterlandschaft, romantisch verschneit, echter Schnee, check. Wir haben uns nämlich einiges einfallen lassen und absolut spektakuläre Gäste. Kürbiskutsche mit vier echten Pferden für Prinz Gero Wendorf, die stehen schon im Flur, check. Vegane Plätzchen für Leila Salome Fischer backen, habe ich getan, check. Rodelbahn mit echten Schnee ist da, check. Echter Engel. Hat jemand den echten Engel gesehen? Der steckt noch am Flughafen fest. Am Flughafen? Was macht ein Engel am Flughafen? Ich habe gedacht, der hat Flügel und kann selber fliegen. Muss man sich hier um alles selber kümmern. Echter Engel. Echter Engel. Echter Engel. Echter Engel. Echter Engel. Echter Engel.